Hier ist mein Video. Ups, nein! Hey und ganz herzlich willkommen zu unserem allerersten Video hier auf YouTube. Wie ihr vielleicht in den Storys gesehen habt, waren wir im hohen Fan, was leider ins Wasser gefallen ist. Wenn ihr es nicht gesehen habt, blende ich es euch nochmal ein. Weil wir es schade fanden, weil es an diesem Tag so geregnet hat, wollten wir nochmal unbedingt dorthin fahren. Und dann dachten wir uns, nehmen wir euch doch einfach mal mit. Unter anderem wollten wir auch noch zur Geierlei Brücke und zur Burg Els fahren. Gleich kommen Kathi und Daniel und dann geht es auch schon los. Musik 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 Wir gehen jetzt sogar her, nein? Klassikola, Klassikola Oho, die Kapazze Hupen 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 Fülle vor elf Viertel vor elf Das heißt, wir haben Viertel vor elf Wer bin denn? Ich. Okay. Da hinten ist ein kleiner Seil. Hier kommt näher. Ey, das hat uns beruhigt. Bis da und dann die ganze Straße noch. Und dann noch die Straße rund. Sieht mir das? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da irgendwo. Wo wir jetzt hin? Wo else? Das ist typisch zu sagen. Ja, eigentlich würde ich das auch machen. Das muss ich auch machen. Ich glaube, ich mach wieder damit. Du bist gewohnt. Oha. Sehr aufregend bei Bobbens. Auf jeden Fall. Hat ja gelohnt, ne? Hat sich gelohnt. Hier habe ich doch das Video letztes Mal gemacht mit den Blättern so. Und dann hatte ich die Blätter so hochgeschmissen. Ja, mach doch mal. Danke für das Einschalten, Leute. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja. Warme Kakaoichi trinken. Und eine warme Tee. Willst du auch noch was sagen? Okay, nein. Tschüss. Tschüss. He bigger Menos. Tschüss. Nicht mehr spinach. Und dir das ist sie hilfreich. No, noch mehr Aufregel erfahren. Nue,ions, Bund mir was auf don, Mentor und dort Moon aus ins commütlicher aus. Ja es ist gef inspire, zuipst. Tutここ muss auf die Straße hin. Wir machen, dann ist das OOOB. Blemmος wird von hier. Tag nicht mehr ins Magistfree. inder Hast du? Untertitelung des ZDF für funk, 2017